Wir haben nach der Show, wir sind alle so ein bisschen homo drauf. Ich bin auch sehr homo drauf. Es war aber üppst. Ich werde ständig mit diesem David Joost vergleichen. Ich muss den erkennen werden. Wir packen unser Zeug ein. Im Auto. Hallo, 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 hallo. Da sind wir. Wir können doch, wenn wir eh nicht Schweizerdeutsch haben. Ich nicht. Ich kann das nicht so wirklich gut, aber ich kann die Sprachmelodie ein wenig. Nein, nein, das wäre jetzt auch wieder falsch. Ich kann das einfach nicht. Schweizerdeutsch ist einer der wenigen, wie soll ich sagen, Akzente oder Dialekte? Wie sagt man? Dialekte? Nein, eigentlich Sprache. Schweizerdeutsch ist ja auch eine eigene... Nein, eigentlich ist Schweizerdeutsch nur eine eigene Sprache. Nö. Hmm. 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 Bandage ist eine eigene Sprache. Auf jeden Fall. Ich kann es nicht imitieren. Es geht nicht. Ich auch nicht. Aber der Steve kann das gut. Und der Carlos kann das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich probiere. Ich integriere. Und ich habe keine Sache. Aber Bärdeutsch. Aber Bärdeutsch. Ich würde gerne noch einen saufen. Daufen. Saufen. 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 Wir freuen uns hier sehr über den Wurstschalter. Boah. Wie viel Bock drauf hätte. So eine schöne Bratwurst. Oder eine Currywurst. Oder eine Rindswurst. Ääähäh. Bratwurst. Ich auch eine Bratwurst. Ich wäre für Wurstsalat. Eeeh. Da sind voll die Peepels und der Jannis, der missbraucht einen der Peepels. Ey, diese arme Peepel. Oh ja. Oh ja. Wie wird dieser Piepel mit diesem Verbrechen, mit diesem Sexualverbrechen klarkommen? Piepel, wie geht's dir? Er schaut auch nur so erregt. He made me feel so dirty. Schnuggi-Bärle. Schnuggi-Bärle, hab's nur so gemeint. Nur mal aufmachen, super sach. Super sach, komm mal hinter neu, super sach. Er hat gesagt, er wollte bloß meine Beine fotografieren, aber dann ist er in mich eingedrohen und hat mich vergewaltigt. Dieser Scheißkerl. Der Lobby muss Wasser lassen. Ganz normale, handelsübliche Kamera. Hast du es mitbekommen, Ivan, die wollte mir vorhin erzählen, es wäre ein Solartoaster. Ich habe natürlich kein Wort geglaubt. Solar-Powered Supertoaster. Wow, that is something. Hey, you want me to make you one? Yeah. Really? No. Natürlich nicht. Das ist auch ein Solartoaster. Peace out. Das ist das Einzige, dem Marian zu Liebe kann ich das nicht auf die Tour-Doku prechnen. Wie auch noch so stolz lächelt, ey. Oder Marian, wäre das okay, wenn man sowas auf die Tour-Doku packt? Man liebt einen Pimmel auch nicht. Ich pack's eh in meine Tour-Doku. Das ist ja alles cool. Man sieht seinen Pimmel nicht, weil er so klein ist. Hast du es gehört, Marian? Hier die Straße runter ist die Raststätte. Da habe ich den zweiten Platz in einem Slam gemacht. Oh, yummy. Yeah. Boah, Alter, das wird gefährlich auf jeden Fall. Ja, du musst schon wippen, Mann. Ich glaube, das wird nichts. Wir werden schon letzte haben. Das wird halt echt. Aber du wichst doch bestimmt mehr als ich, oder? Ja, klar. Du wichst doch bestimmt mehr als ich. Das ist jetzt ein oder? Ja, das wird ja nicht. Du wichst doch nicht. Du wichst doch nicht. Ja. Guten Morgen! Gute Nacht! Guten Morgen! Moin! Moin, nice! Wir sind am Aachener Bahnhof und frühstücken noch eine Runde. Und dann machen wir uns bald nach Munster. 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 Unsere Überreise. Wieso muss der Janis alles und jeden vergewaltigen? Wieso? Weil meine Eier sehr dick sind. Ich hab dicke Eier. Ich bin auf ner Feier und bin frei wie Geier. Okay, wir verabschieden uns jetzt vom wunderschönen Aachen. Verabschiede dich vom wunderschönen Aachen, Janis. Janis, verabschiede dich vom Aachen, verdammt! Tschüss, Aachen! Tschau! Tschüss, Aachen! Bis nächstes Mal! Tschüss, Aachen! Tschüss! Tschüss!